An einem Montagabend im Sommer 2018. Die neue Zweitliga-Saison hat direkt mal einen Knaller parat. Und so empfängt der 1. FC Köln Union Berlin in Müngersdorf um 20.30 Uhr. Die über 500 Kilometer Entfernung scheinen den Berlinern an diesem Tag nichts auszumachen und so findet sich ein beachtlicher Haufen im Gästeblock ein, welcher mit Bussen angereist ist. Über den Union-Zaunfahnen flaggt auch die Gladbacher Gruppe Sottokultura an, was sicher einigen Kölnern auf der Gegenseite übel aufstößt. Dazu wird während des Spiels im Auswärtsblock noch eine Zaunfahne der Kölner mit der Aufschrift Fulda präsentiert. Diese Aktion gießt also nochmal zusätzlich Öl ins Feuer zwischen beiden Seiten. Das Spiel endete 1 zu 1 unentschieden, worüber sich wohl ein Großteil der Polizeibeamten an diesem Abend freut. Keine Seite ist sauer aufeinander, dass man verloren hat und so dürfte an einem Montagabend doch sicher weiter nichts passieren. Aber Pustekuchen! Eine rund 100-Mann-Große-Kölner-Abordnung schafft es sich unter dem Radar auf einem Parkplatz in Autobahnnähe abzusetzen. In Autos wartet man jetzt auf die Szenebusse der Gäste, um den Unionern noch ein paar Gute-Nacht-Lieder vorzuspielen. Zeitgleich steigen die Berliner in ihre Busse und werden von rund 40 Beamten auf die Autobahnzufahrt durch ein Waldgebiet begleitet. Der Stau auf der Straße spielt den FC-Fans nun in die Karten und es kann losgehen. Aus den Autos kommt Köln über einen Parkplatz aus dem Waldgebiet angelaufen. So gibt es einen etwas unkoordinierten Angriff, bei welchem die vermummten Kölner auch Steine und Stangen in Richtung Unionbusse schmeißen. So wird die Frontscheibe von einem der Busse komplett eingeschlagen. Die Kölner schaffen es bis kurz vor den Bus, aus welchem jetzt auch vermummte und kampfbereite Berliner steigen. Für wenige Sekunden gibt es zwischen Einzelpersonen Kontakt, doch die herbeieilenden Polizisten unterbrechen das Chaos. Einige Kölner flüchten jetzt über den Wald zurück zu den abgeparkten Autos, andere machen weiter und versuchen nochmals die Polizeiketten mit hoher Gewalt zu durchbrechen. Über Waldwege und ohne Licht flüchten jetzt einige Autos der Heimfans durch die Polizeiketten hindurch. So werden im Nachgang 28 Personen der Heimszene festgenommen. Alle von ihnen erhalten in den nächsten Wochen darauf ein bundesweites Stadionverbot. Der Großteil wird die Zeit bis Dienstagnachmittag im Kölner Bau verbringen. Doch auch die Insassen von einem der Unionbusse müssen die Nacht hinter Kölner Gittern verbringen. So erreichten einige Berliner erst am Dienstagnachmittag wieder die Hauptstadt. Ein Kölner landete sogar vor Gericht, wo es anschließend zu einem längeren Prozess kam. Für mehr solcher Videos abonniere doch gerne diesen Kanal.